so hallo herzlich willkommen hier zu einem kleinen gewinnspiel und wer sitzt doch neben mir und zwar wie ihr vielleicht mit gesehen habe an den reviews habe ich mir so eine game box geholt mit den die besten pc spiele auf doppel dvd da steht hier ernsthaft auf dieser hülle drauf und daneben auch dieser runde kreis 15 original pc spiele die wovon die hälfte nicht funktioniert ja und ja auf diese pilze also das werden jetzt auf jeden fall verlosen sobald wir die ganzen pc spiele durch haben werde ich das verlosen und der yogi bär der jetzt hier irgendwie jetzt herum steht ja aber komisch und ich werde noch auf der hülle unterzeichnen und ja wir sind dass keine mega stars nicht wirklich muss man ja kommt man zum mikro du haben jetzt herum nein nicht wirklich meine fresse daran wird darum dann doch wieder verstehen ich sehe wenn es ausschlägt nein das kann ich nicht übersteuerung hoch lang da kommt erst mal der gallium presse über die game box jedenfalls unterschreiben wir unterschreiben weiter darauf und nein wir sind nicht angetrunken ich habe nur cola und er hat irgendwelche volwick kram was komisch gerochen hat das hätte ich gestunken ja jetzt ein bisschen gegärt das zeug so man kennt das ja und ich habe coca cola vanille das sogar sowieso nur kram drin so ja das werden wir unterzeichnen und verlosen und wenn ihr teilhaben wollt wenn ihr teilhaben wollt an diese wunderbare reaktion jedem der müsste nur kommentar schreiben und die kommentare und ich hier nicht irgendwie nur kommentar sogar ich mache so kommentar was ich witzig finde das heißt ihr müsst irgendwas witziges in die kommentare schreiben das wird nichts wird wird auch nichts aber dass es da sein wird nichts wie wir sehen wir gerade noch dass die tunspuren amüsiert uns über die tunspuren das ist doch nicht normal egal ja verlosung so sieht es hat man auch egal ja wir werden unterschreiben und ihr müsst irgendwas witziges in die kommentare schreiben und werden zu den reviews ja irgendwas ist mir eigentlich scheißegal mir aber nicht die ane ich los aus es ist zu seiner stelle auf den billigen plätzen jetzt so ein stuhl der fast zusammenfällt also da sind nur zwei frauen dran wo wir brauchen eine wettkämpfe so ein kram nichts ich glaube ich habe ja aber so eine billige ich könnte auch mein laptop einfach hier nehmen stellen du hast wenn man blöd mit dateien rüber egal wenn wir dann noch mal an das regeln ja wie gesagt wir unterschreiben wir darauf einmal so schön lp 97 und yogi bär das ist übrigens das allererste was wir das unter mit unserer unterschrift unterschreiben wir unterschrieben weg geben ja was wir unterschrieben weg geben wäre exklusiv also dass das allererste was ich verlose mit unterschrift das ist phänomenal genau wir können natürlich auch auf die rückseite der dvd unterschreiben wenn ihr das wollt ihr weiter schreiben sich vorne drauf hinten sind ja diese richtig geilen ich liebe sie ja ja dann muss man was vorlesen zum beispiel zu einem dem wir schon haben kurz simulatorten wir haben ja das war der allererste da tut mir doch mal leid wegen dem ton aber da habe ich das bisschen vergeigt so bist du bereit für die wilde fahrt durch staub und schmutz dann schwing dich auf dein quad um ist deine fahrkünste mit den besten fahrern der welt oder oder streifenwagensimulator hatten wir auch ja das war so erlebe haut nach dem alltag einer polizeistrahl streife in einer deutschen großstaff sturm in einer deutschen großstadt mit bekämpfe das verbrechen in deiner stadt und senke die kriminalitätsrate haben wir gut gemacht finde ja oder was hat mir noch helikoptersimulator das war der der nicht funktioniert hat in dieser simulator bietet realismus pur durch nach modellierte helikoptern eine speziell entwickelte flug engine genauso sieht es auch bis mitglied der elitereinheit einer helikopterstaffel deine maschine wurde speziell für einsetzende kriegsgebieten entwickeln über sein gigantisches waffensystem perfekt gigantisch gigantisches waffensystem leider funktioniert das spiel nicht das stürzt ab sobald ich auf play drücke oder zu lange im menü bin ja dann zum beispiel noch der binnenschiffsimulator können wir auch noch vorlesen den rest lassen wir für euch da könnt ihr euch dann noch mal amüsieren schlüpfe in die rolle eines binnenschiff kapitäts manövriere manövriere dass die in vollwand wachsen und im tonakil zu von drei unterschiedlichen binnenschiffe durch detailgetreue 3d landschaften engelschleusen systeme und kanäle und eine fracht sich an sie zu befördern nein 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 diese roten bild heal das ist so geil rot 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 ist gut ok also wir müssen dazu sagen es steht zwar drauf eine doppel dvd aber auch bei uns war nur eine ja das irgendwie nur eine drin aber alle spiele leute leute ich muss jetzt selbst einmal persönlich nachgucken weil auf dieser dvd sind tatsächlich noch programme drauf man glaubt es gar nicht auf dieser dvd sind noch programme noch mehr das sind noch programme drauf das sind noch programme drauf das startet sie doch jetzt startet sie das zum beispiel der android converter oder shampoo burning studio 2013 das erstellen von eigenen dvds cds und blu-rays bla 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 das sind die ganzen hier gibt es check drive da ist noch check drive alter da kannst du check dreifen und ganz unten youtube song downloader das ist der youtube song downloader oder windows 8 lernkurs ist dann mit ihr seht was ist alles bei diesem wunderbaren oder ssd fresh alles gewinnen kann oder schirmfoto oder ist ja nero nero 12 platinum 30 tage testversion oder für die apple nutzer unter euch das studio 6 die studie und da ist doch die hälfte von nur kappels so oder der foto weißer ist auch noch mit drauf so dass ich ja wo sind die ganze spiele dann das moment jetzt muss ich jetzt mal anders aussprechen weil ich den früher mal so fällig gesagt hat den folter ist so leiser nein das ist der folder wie so leiser also der ordner folter wieso das habe ich von voll frei einmal gesagt so ist ja die hälfte nur misst also nur bis auf binnenschiff kapitän ja denen schrift die simulation kapitän das titel ist mit dem neckischen steuer zeug ich krieg schon die eigene war nicht auf die reihe die meinen eigenen worte auf die reihe alter christlichen bürger ich mache so dass man sei minuten wir sind so umbringen wir sind dort ist das war noch ein bisschen jetzt hätte tata rot muss man sich alles anhören um zu gewinnen ja so und jetzt am ende sagen wir was im kommentar muss das wort pümmel vorkommen sonst wird das kommentar nicht gezählt ha ihr müsst bisher zum ende an welches aah rot gut so wir sagen wir sagen schießen auf wiedersehen und noch viel spaß bei den anderen reviews und bis dann